Hallo. Hi. Hi. Die Kaiser Franz, die spielt jetzt Wort Hunder. Äh, Sander. Hunder. Zum ersten Mal in ihrem Leben. Oh, okay, das ist gelogen. Ja, trunder. Das ist gelogen. Ja, sie war schon mal Pro-Gamer von vor zweieinhalb Jahren. Die schießen auf mich. Warum schießen die auf mich? Na, sie hat vor über zwei Jahren schon mal gespielt. Mehr oder weniger aus Zwang, weil ich war für den Chat gesperrt, wusste aber nicht, ob man wusste nicht, woran ich lag, weil ich zum ersten Mal für den Chat gesperrt war. Und da hatte ich keine Nachricht erhalten. Und da hat sie ein paar Tage mit mir gespielt und seitdem nie wieder. Und jetzt sagten wir, okay, sie hat voll Bock drauf gehabt. Und dann ging ich, ja, komm, dann machen wir mal mit. So. Du weißt ja noch, wie es ging, ne? Mal schauen. Weil dann brauch ich ja nichts erklären. Was ist denn Auto-Logging? Automatischer Logging. Also mit WRC fährst du vor-zurück und, ähm, also in der Luft, äh, vor-zurück und nach links-rechts. Und, äh, Leertaste ist springen. Wie willst du mich verändern? Aber ich dachte jetzt, wie? Komit springen. Ich stelle mir gerade vor, wie du die ganze Zeit versuchst, mit deinem Panzer zu springen. Ja, das wäre eine Idee, ne? Das ist ein bisschen Auflockerung hier im Zeug. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie deine Einstellungen sind. Meine sind ein bisschen anders. Was meinst du? Ja, ja, damals war es ja so, du weißt ja noch... Das war das. Die Maus. Das ist der Cursor, ne? Cursor. Cursor. Der Cursor. Genau, der Cursor. Das kann man auch einstellen, ne? Ja, das kann man auch einstellen. Zum Beispiel habe ich auch, äh, ich weiß nicht, wie das... Ich habe ja ewig meine Einstellung nicht verändert. Für mich ist das perfektioniert so, ne? Ich habe zum Beispiel die Bomben, habe ich alle auf Leertaste, ne? Mhm. Was wollen die jetzt von mir? Hochqualitative Texturen für Fahr- und Flugzeuge. Stell mal einfach am besten auf niedrig. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe den Text noch nicht zu ändern gelesen. Hochqualitative Texturen für Fahr- und Flugzeuge. Flugzeuge, Cockpits und zusätzliche Sound-Effekte wurden noch nicht heruntergeladen. Möchtest du jetzt herunterladen? Was macht... Was mach ich? Weiß ich doch nicht. Ich spreche ab. Ich habe keinen Bock auf herunterladen. Ich habe gar nicht zugehört, ehrlich gesagt. So richtig. Oh, jetzt darf ich was ausfällen. Fälle deinen Einheitsdipfel. Die erste Schlacht. Was nämlich? Flugzeuge? Oh, den Panzer. Er. Ja, was willst du denn machen? Ähm... Okay, jetzt... Weiß ich nicht. Ich... Nimm das Flugzeug erst mal. Flugzeug? Okay, um zu Flugzeug? Ich glaube, du hast vier Plätze jetzt. Luftwaffe. Genau, die Luftwaffe. Luftwaffe. Du wirst jetzt Russen, ne? Du wirst jetzt Russen, ne? Wie sie sagt nix? Was ist das? Ach, die Briten sind auch dabei? Ja. So Russen sag ich gar nichts. Ich mag dieses Volk. So, du hast... Hast du jetzt ausgewählt? Ich glaube, vier Plätze hast du am Anfang jetzt, ne? Warte, ich bin noch nicht drin. Ich kriege ein Zündchen. Ja, die wollen... Die... Im Tutorial, glaube ich, ne? Das guckte ich doch gar nicht. Das will ich nicht. Wie geh ich da raus? Wie geh ich da raus? Aus dem Tutorial? Hm. Du weißt schon alles, ja? Du weißt, wie man... Oh, gut. Ja, ne, ich wollte die Einstellungen ändern, weil... Hallo. Oh, jetzt schränkt das. Lach mir nicht. Drück eine beliebige Testung vorzuholen, ja? Oh, ne, ne. Aha. Er erklärt mir ja jetzt hier... Ja, dann hören wir richtig... Erwege den Mausezeuger auf den Weg. Den Mausezeuger? Echt nicht. Wirklich. Mein Mausezeuger will aber nicht. Das geht... Ach, ganz richtig. Alter. Wie war das Schießen? Mit links. Mit dem Maus. Ach, ich muss da reinfliegen, okay. Was ist die Umschuld, das? Das... Hallo, das ist doch die Umschuld, dass du mich veräppeln. Ich hab die doch gekriegt. Ich hab die doch gekriegt. Gerdrückt. Hm. Das ist doch die Umschuld, das... Das ist doch, ne? Die sind zwei Pfeilen. Das ist Tabelle. Umschuld ist, äh, Pfeil. Stimmt. Was für ein Pfeil? Ja, unter Steuerung. Unter Steuerung? Gibt's keine... Keine Taste? Unter SDRG wirst du wohl eine Taste haben? Unter? Ja, über SDRG. Mein Gott. Ja, äh, ja, mein Gott, Maurice, echt. Mh. Guck mal, jetzt kann ich schnell fliegen. Hä? Ach, ich wusste gar nicht, dass man damit schneller fliegen kann. Ja, ich hab das bei mir auf, ähm, Scrollrad hier. Ich drücke, ziehe das Scrollrad nach oben, dann flieh ich schneller. Ich erklär die Einstellung nachher, vielleicht wie ich sie hab. In der oberen linken Wildschule. Ecke? Ja, Pfeil da. Ich überlege gerade auch nicht mal so eine Runde, jetzt mal schon mal fliege, damit ihr keiner einpennt. Nein, bleib da! Ich muss dich auch irgendwie erstmal dazufügen, ne? Was ist das? War... Ähm, ähm, was? Power? War Power? So, so ein Kriegskraft? Alter... Alter... Wer ist denn eigentlich hier? Aber weißt du, ich hab das lieber, wenn du mir das erklärst. Wie heißt denn du hier in dem Spiel? Wenn ich das wüsste... Ich muss hier raus, ich will das nicht mehr sehen. Ah, ich schieße! Da war mal ein Zippe links. Ja, da war ich... Nee, 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 nee... Wie war das Steuern? Wie? Ja, rechts, links oder so, wie? Nee, mit A und D. Ah. Wenn du W und S drückst, dann ist es invertiert. Dann ziehst du nach oben oder nach unten ziehst du dann. Also du kannst auch die Maus nach oben ziehen, aber du machst dann... Zum Beispiel, wenn du ein Looping machen willst, dann würde ich natürlich weh gedrückt haben. Und was will ich? Ich schieße doch die ganze Zeit. Okay. Autsch! Oh, irgendwie fliege ich. Komisch. Überlastung. Wie war das nochmal mit dem Ziel? Die Zielhilfe ist ja dieses... dieses wunderteil, was vor dem Flugzeug ist, ne? Naja. Du kannst auch... Du kannst auch ranzoomen, ist bei mir mit rechter Maustaste. Führungswinkel am Zeige. Ochau. Kann ich nicht schon mal fliegen? Ich weiß ja nicht, wie lange es bei dir ist. Ja, ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Okay? Nee, ich glaube, du musst das abschließen, dann kriegst du Golden Eagles oder so. Achso, okay. Was? Was bin Winkel? Ich fliege mal eine kurze Runde. Okay, fliegst du eine Runde? Ja, fliege mal, ja stimmt. Ey, wir haben jetzt zehn Minuten verquatscht hier und nichts wird passiert. Also, okay. Ja, ich weiß, ne, Entschuldigung. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich muss Flugzeuge zerstören hier. Hm, du machst das. Also, wie gesagt, springen. Ja. Ja, ne. Irgendwie geht das mit dem... Hä? Wo ist das Flugzeug? Hm. Ich verstehe das nicht. Ich soll hier auf irgendwas schießen und das ist weg. Wenn du mal auf die Minikarte guckst, vielleicht fliegt sie da irgendwo. Da ist es, aha. Es ist aber mit diesem Mause... Hm? Mit dem Mause-Zeiger? Zeiger. Geht das doch gar nicht. Das Ziel, meine ich. Oh, Joko. Waffe klemmt, steht er. Oh, scheiße. Ich dachte, ich habe es... Ich habe es geschafft. Ja, aber du fliegst ja wahrscheinlich ein Doppeldecker, also ein Reserveflugzeug. Hm. Da ist dann Waffe-Klemmt bedeutet eigentlich nur, entweder ist gerade Munition alle oder... Die klemmt tatsächlich. Das passiert gerade, wenn die noch nicht modifiziert sind. Später kommt das eigentlich nicht mehr so vor. Alter, willst du mich verarschen jetzt? Ich kann dich nicht treffen. Oh! Ja. Also wenn ich... Wenn ich A drücke, dann... macht das... Wie heißt das? Loopy? Nee, Loopy macht er nicht. Der dreht sich. Der dreht sich, ja. Ist ja klar. Kannst auch, wenn du mal abwechseln, A, D, A, D, dann macht er links, rechts, links jetzt so, als würde er winken. Nicht wahr? Ich könnte ihn nicht treffen, weißt du? Ach doch, ich habe jetzt einen abgeschossen, jetzt habe ich nur noch einen. So oft kann man gar nicht schießen. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Die zieht mich aber schon in der Zeit und in der Zeit mit einem ja das erklärt man geblüht Blutzeug zerstört im Montag aus dem die Flieger wenn nach oben ziehen oder nach unten ziehen oder wenn du und du gemacht willst hättest du halt Wege gedrückt, zum Beispiel. Und dann kannst du in der Luft noch drehen mit der Maus. Mit der Maus drehen. Und die Chili ist weg. Alter, das ist doch. Zerstört. Shit, Mother Dragon. Was ist denn das? Crush your ass, Mann. Ja. Ich habe es abgeschlossen. Abgeschlossen oder abgeschlossen? Beides muss sein. Abgeschlossen. Abgeschlossen oder nicht, abgeschossen. Alles gekürt. Wow, noch einer weg. Warte, wie ist das mit einer Stunde? Hm, war das mit einer Stunde? Warte. Ich verstehe nicht, du hast doch 4 GB Heutzpfecher. Du musst doch schnell gehen. Wie heißt ich? Woher weiß ich, wie ich sie heiße? Da ist ein Profil ganz oben. Oben müsste so was wie ein Profilnamen stehen. Nächste Pilonen sind nicht für die erste Schlacht. Ausbildungskurse. Okay. Ich will nicht in die Schlacht. Noch nicht. Auch die Zwingen, mich jetzt in die Schlacht zu gehen. Ja, dann geh mal. Aber das ist... Ich wollte die... Probierst doch einfach mal aus und lass dich mal richtig kaputt machen. Doppeldecker ist eigentlich voll der Sprache. Macht richtig Laune. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mindestens 3 schon umgeschossen, umgeschossen, umgeschossen. Ja, die schießen nur leider sehr ungenau. Du musst recht nah ran. Ich habe gepasst. Drei Nachrichten. Oh, 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 meine Munition ist aufgebraucht. Aufgebraucht. Wann spielt Deutschland oder wann spielt Deutschland? Weiß ich jetzt gar nicht. Weil der will mir entkommen, dieser Grieche hier. Okay. Er hat sich selbst... Er hat sich selbst... Er hat sich selbst... Aus dem Spiel befördert. Wow. Hier will jemand mein russisches Papierflugzeug... Mein russisches Papierflugzeugzeug... Schießen, du Mother Trucker. Schieß dich. Flugzeug zerstört. Das geht ab hier. Wow, Alter, wer beschießt mich denn hier? Hier, hier! Gott, hier sind zu viele Menschen unterwegs. Ich glaube, entweder beschießt mich hier eine Flak, oder... Brennt ja noch ab heute, oder was? Oder weiß ich, wann ich schießen kann? Wie meinst du das? Verstehe ich jetzt nicht. Die beschießen mich so hart hier, ey. Ja, was, was? Die Entfernung... Meine ich von diesen Flugzeugen... Also frühestens ab ein Kilometer... Oh, scheiße, meine... Aber ich würde so sagen... Ähm... Oho! Hier wird zwei Totenpunkte. Ich würde so sagen... Äh, je näher, desto besser, weil... Schieß... Und hier muss man auch nachladen. Was ist das für ein Scheiß? Na, natürlich. Du kannst auch selbst nachladen, wenn du gerade vielleicht nicht im Gefecht bist mit R. Oh, das schießt einer. Schießt... Oh Mann, ey. Weißt du, was ich noch mache? Mit dem Doppeldecker macht dich das nicht so gut. Ich dreh dann einfach mit der Maus immer so. Also ich mach Kreise mit der Maus. Ja, toll. Kann ich nicht. Oi, 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 oi. Ihr verlässt das... Ja, mach Kreise mit der Maus. Jetzt bin ich runtergefallen. Und was mach ich jetzt? Jetzt nimmst du ein anderes Flugzeug. Mann. Ich mach Kreise mit der Maus und die... Diese Ding da füllt runter. Ich... Ich überlege gerade. Wie hast du das gemacht? Du hast gesagt, Kreise mit der Maus. Hab ich Kreise mit der Maus gemacht? Und dann stand da, ihr verlässt das Flugzeug. Bumm. Falsch weg. Dann warst du schon abgeschossen. Nein, war ich gar nicht. Du verlässt doch nicht das Flugzeug, wenn du Kreise fliegst. Ich bin Richtung Boden geflogen, weil ich Kreise gemacht habe. Ey, du... Du sollst, wenn du gerade ausfliegst, Kreise machen. Und nicht, wenn du zwischen lauter Hügeln bist oder auf dem Boden zustürbst. Ja, wenn du mir sagst, dass ich Kreise machen soll. Ich hab ja nicht gesehen, wo du... Ich dachte, du bist ganz normal in der Luft und nicht da irgendwie so fünf Meter vom Gras halten. Also, so geht das nicht. Gut, also ich war hier der beste Autor. Lecker, lecker, lecker. Gut, dann, äh... Ja, ne? Ja, war's. Kurze Unterbrechung, dann machen wir gleich einen zusammen, ne? Alles klar. Ja, gleich, ne? Super.